Hallo und Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario und Luigi, so passt das halt. Wir sind jetzt hier in dieser Burg und diesen Dings halt hier. Und wir müssen... ...klemmen Arbeit machen. Der Park beginnt mit einem Kampf. Wir sind so früh. Jettet! Sehr gut! Ah! Hm... Nee, war falsch. Und der erste ist schon mal kaputt. Erst weiter! Verdammt, hat uns erwischt. Am out! Sechs! Yay, erwischt! Yay! Nochmal Hammer! Hammer Time! Und nochmal! Yes! Yo! Nochmal Hammer Time! Bei den Stachis! Es ist ehrlich! Stachi! Cool! Haha! Nicht richtig geworden! Und wieder kein Leben! Na ja klar! Da ist noch was! Hab ich ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt! Nein! Nein! Nicht wohl! Bis zu dem Stachis! Oh! Elf! Cool! Yes! Und nochmal Hammer! Hm, schade! Warte! 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 Es sind so einfach die Fächer! Und immer noch nicht tot! Nein! Die hält ja viel aus! So! Geh doch! Level 9! Yeah! Ja! 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 Ich gebe mal... Hm... Verteidigung auf dem Ruf! Oh! Nur ein Ruf! Oh! Schade! Oh! Luigi kriegt ein Ruf! Also... Ein Level! Nicht das was ihr denkt! Oh! Warte bekommt gar nichts! Das muss ich auch! Hm! Drei Einsen! Frechheit! So! Springen hoch und... Wieder ein Stoff! Und es hat auch viel draus! Ist gut! So! Machen wir den Ohrblatt! Erwischt! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Boah, du Mistritte! Ah, den Mistritte! Ah, erwischt! Yay! Untertitel EU&USSCH wirksam! Oh! May, ey, ich will mal springen! Oh töd... Er hat mir grad 24 gegeben. Okay. Items... Pilze... Gehen wir mal mal auf einen. So. Und da rein. Und wieder Gegner. Oh, cool, nur erwischt. Das ist super. So, jetzt... Yeah, jetzt erwischt. Boah. Ihr seid wies. Und nochmal. Erwischt. Sehr gut. Und jetzt auch. Ich ziehe das Wasser auch raus. Ah, hier. Ähm, M.A.R. Ah, komm her. Komm her. Yes. Geht doch. Hammer wieder. Und... Boom. Oh, schade. Mann, die hat aber vier aus. Geht doch. Komm her, Luigi. Ein Glas groß. Und... Ach. Sehr gut. Wir holen jetzt mal Hammer auf. Hammer da immer. Und... Halleluja. 790 Punkte schon. Alter, Alter. 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 Nein, lass mal. Verdammt hat Luigi erwischt. Ja. Da werden wir mal kurz was trinken und dann wird man angegriffen. Was ist jetzt Luigi hier? Rache. Sehr gut. Hammer. Und jetzt rauf hier. Mann. Oh. Oh. Ja, während des Kampfes kann man... Oh. falsche Stoff. Nee. Ne, ne, ne. Mann, oh eh. Also, unsere Aufgabe ist hier, habt ihr schon gesehen, wir müssen die Rohre wieder stopfen. Stopfen, weil da kommt dieser Stopfen aus, also dieser Korken oder was das ist, und wir müssen halt mit dem Hauer einfach einen Dörfer aufholen, so wie Mario gerade. Echt, 42? Der müsste bei mir ein neues Level haben. Ups. Äh, so. Was haben wir hier? Ah, wieder ein neuer Stopfen. Und? Oh, der Gegner, cool. Noch mehr Level. Oh, doch. Tick, tick, tick. Ah, nee. Ah, ihr seid doch Ärsche. Wo kommst du umher? Oh, tot. Nee, nee. Nicht. Sprung, Hammer. Oh, reiz. Ups, hammer noch mal auf den drauf, ja. Yes. Und noch mal Hammer. Ach, Mann, Luigi. Ach, Mann, Luigi. Ach. So. Oh, so, jetzt mal was zu heilen. Sehr gut. Oh, Gott. Oh, mach nur noch nicht. Oh, Gott. Nee. Nee. Kommst du her. Komm. Oh, kommst du her. Nein. Ich bin hier verstanden. Verdammt. Ha. Vergiss, es ist zu kleines. Fliegfried. Nein. Ha, 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 ha. Und Fliegfried ist tot. Und jetzt. Ah, Volltreffer. War zwar knapp, aber es ist. Ich finde es so cool, wenn sie mir die Hammer verlieren. Also die Hammer-Spitze. Aua. Ey, das Fahrrad. Hui. Das war cool. Gut. Ach, Mann. Man, für den Knopf. Warte mal. Ah, Mann, ihr seid gut. Ey, 960. Mal gucken, wann bekommt ihr ganz nächstes Level. Ticko. Oh, Ticko. 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 So. Einmal drei Gegner zu machen. Nein, oh Gott. Marius wird schon wieder tot. Das ist nicht gut. Und nochmal auf, ja. Mann. Yay. Und nochmal Hammer-Tag. Hammer-Tag. Und nochmal Rufia. Ey, das gibt's doch nicht. Super Luigi. Und das hier noch. Nisch, 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 nisch. Nisch. Ah, warte mal. Und jetzt müssen wir die noch öffnen. Und dann... Äh, so. Traf rauf. Und da rauf. Und da rauf. So. So. Das ist gut. Ihr könnt weiter. Dann müssen ja diese alten Damen rum beweisen, dass wir wirklich Mario und Luigi sind, dass er in die Folge gekloppt ist. Aber wir machen's trotzdem. So. So. So, kurz ein bisschen probieren. Oh. Pils. Oh nein. Verdammt. Mario. Mario. Toll. Jetzt können wir nicht drücken da. Danke. Pils. Und einer mit Hamm. Einmal. Nochmal. So. Und wir haben ihn hier dran. Springen ist immer besser mit den Viechern, glaube ich. Also, jetzt springen wir jetzt mal den... Warte, der ist immer noch nicht tot. Ey, das war doch... Ey, das gibt's doch nicht! So. Der erste Nervenseger ist tot! Stürr! Und stürr! Jetzt bist du tot! Und stürr! Du scheiße Stagli! Was nehmen wir denn? Na, jetzt mal Bärte wieder! Yes! Drei Stück! Und Luigi auch! Ein Level ab! Sehr gut! Ich will mal seinen Angriff vergessen! Keil! So was liebe ich! Pilti! Ach verdammt! Okidoki! Einmal! Yay! So! Schwung auf den hier! Einmal! Cool! Und noch! Nein, das war die Fälsche! Oh Gott! Ich dachte schon! Einmal! Voll drauf! Kisses! Jetzt bist du tot! Einmal! Also! Man kann diese Typen auch später mit Hammer-Bro-Attacken einsetzen! Also! Das kriegen wir aber erstmal später! Oder so vor lange bis wir es endlich kriegen! So! Hier hinten war das Ventil! Jetzt machen wir mal auf! Jetzt kommen wir mal auf! Ja! Jetzt kommen erstmal die alle hier! Was soll denn der hier? Pfft! Ey! Schon wieder nicht geklappt! Wo ist das? Was? Ist das mal Platt gemacht? So! So! Platt gemacht die kleinen Viecher! Yay! Voll Ruff hier! Oh! Ey! Ich kann euch halt kurz zeigen was passiert wenn ich Sprung einsetze! Seht ihr? Also! Wir kriegen halt nicht... Nicht den Gegner kriegen was auf... Sondern wir halt! Weil wir auf die Stacheln draufkommen! Das ist eigentlich extrem blöd manchmal! Kannst du hier mal nochmal hin? Jetzt drücken wir mal die falsche Gitarre auf! Nö, stimmt! Oh nein! Ich hab doch berührt, Mann! Oh nein! Oh, hier ging das schon! Nein! Jetzt mal müssen diese... Flunkenfriege hoch! Fliegfried! 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 Jetzt haben wir mal wieder auf! Uff! Was war das denn? Mit einem Schlag! Geil! Mit einem Schlag hat Luigi gerade gefällt! Sehr schön Luigi! Ich bin stolz auf dich! So! So! Dann mal... Jetzt mal ein bisschen gucken hier! Da ist die Tür! Und die Flocken kommen aber nicht raus! Also gehen wir mal in diese Runde rein! Hallo? Aha! Okay! Ne! Und springen! Und jetzt! Das ist die Fluss! Die Fluss! Die Fluss! Das ist die Fluss! Ja! Ja! Oups! k ich drücke mal die falschen Knopf was ist die dran? Pilze und... nochmal Pilze So, jetzt müssen wir in der Raum, ja, jetzt geht in der Raum, die ganzen Flecken hoch, und wir können da ebenfalls wiederholen, und das Wasser kommt raus, so, das machen wir noch schnell, und dann ist der Bahn vorbei, Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part von Mario und Luigi, die Superstars-Ara, ja, die beiden freuen sich schon riesig auf den nächsten Part, seht ihr? Luigi am meisten? Ist gut, Leute, tschüss.